hallo hier ist patina ich möchte ich ganz herzlich begrüßen hier bei meinem online programm und ich nehme jetzt zum allerletzten mal dieses video auf es geht mir in diesem kurs darum dich von einem perfektionismus zu befreien und ich möchte mich jetzt auch von meinem perfektionismus befreien und das ist so ein schweres wort und ich habe ich jetzt schon so oft falsch gesagt es ist ja also dieses online programm simple website habe ich konzipiert weil ich festgestellt habe dass viele websites daran scheitern an dem perfektionismus die gehen einfach nicht online weil ihre betreiber sich nicht sicher sind ob sie schon gut genug sind und immer wieder dinge daran verändern immer wieder die texte verändern immer wieder die menüpunkte verändern und irgendwann liegt das ganze ding brach irgendwann fühlen sie sich wie gelähmt und gehen da gar nicht mehr dran und wenn du einer von diesen menschen bist die vielleicht schon monatelang oder auch wochenlang an der website arbeiten oder die das dem schon von vornherein vorbeugen wollen dann bist du hier richtig in diesem online programm geht es mir darum dich ins tun zu bringen ich möchte ich nicht mit wissen überhäufen sondern ich möchte dich ins tun bringen zu umsetzen und ich leite dich schritt für schritt in einem ganz klaren in einer ganz klaren reihenfolge durch deine website mein ziel ist wie gesagt nicht perfektionismus denn ich halte perfektionismus für eine der größten fallen für uns selbstständige er kostet uns unendlich viel zeit fragt mich nicht wie viel zeit jetzt für diese videos draufgegangen ist schon wegen irgendwelche versprecher oder weil ich jedes mal zu viel erzähle er ist auch einfach nicht erreichbar auch dieses video ist nicht perfekt und es geht jetzt einfach online perfektionismus wird oft mit professionalität verwechselt wir denken erst wenn es perfekt ist wirkt es wirklich professionell dann erst dann werden unsere kunden uns wirklich ernst nehmen erst dann werden sie uns vertrauen dem ist nicht so wie gesagt perfektion ist nicht erreichbar ist eine illusion was perfekt ist geht nicht mehr besser und besser geht es immer darum halten uns damit gar nicht auf sondern wir machen es so ich zeige dir was deine website haben muss damit sie vertrauenswürdig damit sie professionell wirkt und dann gehst du los und machst das mein ziel ist es wirklich dass deine website am ende des online programms online geht damit du dieses ziel erreicht hast du je nachdem für welches der beiden pakete du dich entscheidest mindestens zwei coaching sessions dabei die du jederzeit in anspruch nehmen kannst mit der ich mit denen ich und mein team dir persönlich zur seite stehen wenn es mal nicht vorangeht wenn du dich unsicher fühlst wenn du nicht genau weißt ob das was du jetzt erarbeitet hast gut ist dann können wir gemeinsam drauf schauen dann können wir deine ergebnisse besprechen wir können deine fragen klären nimmt diese persönliche betreuung sehr sehr gerne in anspruch denn mein ziel ist es dass dieses online programm nicht einfach nur ein online programm ist das bei dir hätte ich gerne mal gemacht landet sondern dass du es wirklich durch ziehst und dass deine website am ende des programms online geht ich glaube dass jeder mensch auch du etwas wertvolles zu geben hat und dass wir erst richtig wirklich gefunden werden können wenn unsere website online ist eine website ist heute eine der wichtigsten voraussetzung für ein erfolgreiches business und wenn du jetzt losgehen möchtest dann ist dieser dieses programm das richtige für dich übrigens im programm geht es nur um die inhalte nicht um die technische umsetzung ich gebe dir aber einen bonus mit indem ich dir einen überblick liefer falls für dich die technische voraus die technische umsetzung deiner website noch nicht geklärt ist dann findest du im bonus wertvolle informationen welche möglichkeiten es gibt kann sich für eine möglichkeit entscheiden und das programm kannst du trotzdem durcharbeiten dann kannst die inhalte auch erst mal oder je nachdem wie du deine website umsetzen lässt auch langfristig in ein office programm schreiben beispielsweise so ich hoffe ich habe alle fragen geklärt den rest findest du hier unten in der beschreibung zum programm und wenn noch fragen offen sind findest du ganz unten einen link über den uns kontaktieren kannst und ich freue mich sehr über deine frage oder noch mehr freue ich mich wenn du dabei bist bis bald ich hoffe wir sehen uns